Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Royals aus dem Abacus Spiele Verlag, ein Spiel für 2-5 Spieler ab 10 Jahren, bei der Dauer von ca. 60 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Royals. In der Spiele Schachtel findet ihr folgenden Inhalt, eine Anleitung in zwei Sprachen, einen Spielplan und dann gibt es noch diverse Marker, Städtemarker, Ländereienmarker, Adligenmarker, alles mögliche, Mehrheitenmarker. Dann gibt es die Personen selber, das sind hier so Puzzleteile, die man dann in der Wertung auseinandernehmen kann, das ist ziemlich cool gelöst. Intrigenkarten, die Ländereienkarten und dann gibt es hier noch eine Menge Holzwürfel, das ist dann für die weiteren Spieler. Ich habe jetzt hier ein 2-Spieler-Spiel rausklamüsert. Wenn mehr Spieler mitspielen, kommen noch mehr Karten ins Spiel, da gibt es eine Tabelle. Je nachdem kommen eben mehr oder weniger Karten rein. Und dann gibt es hier noch Holzwürfel für meine beiden Spieler eben. Hier gibt es eigentlich für jeden Spieler schon ein schönes Fach, wo man die reinräumen kann, wenn man möchte. Dann braucht man hier keine Plastiktüte. Ich habe jetzt hier nur mal die Holzwürfel der Zweispieler drin, die man für ein Zweispielerspiel braucht. Das sind einfach eine Menge kleiner Holzwürfel, die man aber durchaus während des Spiels auch braucht. Ja, und das ist auch schon der Inhalt dieser Spiele-Schachtel. Und das nächste zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert folgendermaßen. Ihr legt den Spielplan in die Tischmitte. Der ist relativ groß. Und dann legt ihr hier unsere Personen, die ganzen Adligen, in einer Reihe daneben. Das sind so Puzzleteile, wie gesagt, die kann man zusammenstecken. Und die legt man einfach mal hier an den Rand dran, und zwar in aufsteigender Reihenfolge. Das geht von vier los und dann eben immer in zweier Schritten vorwärts. Vier, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn. Das sind die Adligen, die wir hier in diesem Spiel haben. Also das legen wir hier der Reihe nach einfach hin. Im Zweispielerspiel müsst ihr mit den schwarzen und den weißen Markern oder Holzklötzen hier spielen. Ansonsten sind nicht genug vorhanden. Hier außen haben wir jetzt diese Leiste. Da legen wir diese acht, zwölf und sechzehn drauf. Das sind Punkte, die man bekommt, wenn man auf jedem dieser Adligen einen eigenen Stein mal drauf hat. Dann kriegt man der erste, der schafft eben die sechzehn und folgend dann die anderen Spieler. Und jetzt muss man diese ganzen Länder bestücken. Das mache ich jetzt nur mal als Beispiel kurz mit einem. Den Rest mache ich dann, da müsst ihr mir nicht zuschauen. Da gibt es hier diese Schildmarker. Die legt man einfach da, wo es aufgedruckt ist. Hier neben das Wappen. Acht und Fünf. Oder hier haben wir Fünf und Drei. Also es sind genau immer die Sachen, die auch aufgedruckt sind. Die legt man hier einfach drauf. Dann haben wir als nächstes, jetzt lege ich die noch schnell hin, sieben und Sechs. Die Stadtmarker. Das machen wir auch kurz mal bei Blau. Ich nehme mir kurz alle Blauen raus. Und zwar sind das hier diese eckigen. Und auch für die gibt es immer ein Feld. Das sind einfach hier diese Felder, wo die entsprechende Zahl aufgedruckt ist. Da legt man es drauf. Hier die Fünf. Die Eins ist hier unten. Die Drei ist hier und die Zwei ist da. Auch das macht man einfach pro Land alles hin. Und dann gibt es hier unten noch diese Mehrheitenmarker. Und die legt man auch entsprechend einfach hier drauf. Es gibt drei Epochenwertungen. Und jeweils gibt es eben die zwei höchsten, die dann hier etwas bekommen. Genau. Und das macht man auch pro Zeile fertig. Da müsst ihr mir jetzt nicht zuschauen. Das baue ich jetzt kurz komplett auf. Dann gibt es die Intrigenkarten. Da sind immer zwei Schilder drauf mit zwei verschiedenen Farben. Die mischt ihr gut durch und legt sie einfach neben dem Spielplan hin. Da kann man sich was ziehen, wenn man möchte. Ich habe hier wieder ein kleines Platzproblem. Deswegen lege ich die jetzt mal hier drüben hin. Und dann gibt es noch hier unsere Ländereienkarten. Da sind einfach in den vier Farben der Länder einfach immer eine Flagge drauf. Die müsst ihr super gut durchmischen. Da werdet ihr ständig sehr sehr viele gleiche Karten aufeinander haben. Auch während des Spiels müsst ihr die zweimal gut durchmischen nach jeder Epochenwertung. Denn hier sammeln sich einfach viele gleiche Karten an. Drei Karten davon legt man offen aus. Den Rest als Stapel hier hin. Ich lege die jetzt mal hier nebeneinander. Das kann man glaube ich sehen. Genau. Das sind unsere drei Karten, die offen liegen. Der Rest ist der Nachziehstapel. Jeder Spieler nimmt seine Steine hier an sich. Und ich baue jetzt noch kurz den restlichen Spielplan auf, indem ich die ganzen Marker hier noch auf dem Spielplan verteile. Und dann werde ich euch kurz die Spielidee vorlesen. Die Spieler übernehmen die Rolle der großen Adelshäuser des 17. Jahrhunderts und kämpfen um die Vormachtstellung im damaligen Europa. Mithilfe von passenden Länderkarten besetzen sie einflussreiche Positionen und erhalten dafür Boni in Form von Siegpunkten. Je höher der Rang des zur Position gehörenden Titels, desto mehr Länderkarten werden dafür benötigt. Bereits besetzte Positionen können durch Intrigenkarten streitig gemacht werden. Das Spiel verläuft über drei Epochen, nach denen jeweils eine Wertung stattfindet. Die Spieler mit dem größten Einfluss in den jeweiligen Ländern erhalten dabei Siegpunkte. Nach der dritten Epochenwertung endet das Spiel mit der abschließenden Wertung der einzelnen Titel. Der Spieler mit den insgesamt meisten Siegpunkten gewinnt. In Royals geht es also darum, hier Siegpunkte einzusammeln, was geht. Und das sind diese ganzen Marker, die auf dem Spielplan verteilt sind. Das alles sind Siegpunkte, die man sammeln kann und die auch am Spielende dann nochmal Punkte bringen. Aber auch in den jeweils drei Epochen schon Punkte bringen, hier unten mit den Mehrheiten. Und während des Spiels schon hier diese Markerpunkte bringen, wenn ich einen Ort besetze oder wenn ich alle Orte besetzt habe. Dann gibt es alles Punkte. Und wie das läuft, erkläre ich euch jetzt einfach der Reihe nach. Das ist alles nicht so schwer. Wie ich beim Aufbau schon gesagt habe, müsst ihr je nach Spieleranzahl aus diesen Karten Karten entfernen. Im Zweispielerspiel sind es eine ganze Menge und dann je nachdem, wie viele Spieler mehr mitspielen, eben weniger. Die müssen hier raus und deswegen ist der Stapel dann ein bisschen kleiner. Und auch je nach Spieleranzahl müsst ihr in der ersten Runde eine bestimmte Anzahl Karten an die Spieler verteilen. Das ändert sich ab der zweiten Runde. Da hat man dann die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Karten Zielaktionen zu wählen. Am Anfang ist es aber so, dass der erste Spieler zwei Karten bekommt und der nächste Spieler drei Karten. Diese Karten darf sich der Spieler frei aus den drei offenliegenden Karten raussuchen oder auch vom verdeckten Kartenstapel ziehen. Er sagt jetzt einfach mal, ich hätte ganz gerne hier die blaue Karte und eine verdeckte. Karten, die ich vom offenen Stapel nehme, werden erst wieder aufgefüllt, wenn der Spieler seine Karten alle genommen hat. Das heißt, es wird nicht eine Karte rausgenommen und sofort eine neue reingelegt, sondern erst am Rundenende von diesem Spieler wird hier wieder aufgefüllt. Die Karten nehme ich natürlich verdeckt auf die Hand. Es gibt auch ein Handkartenlimit. Das sind dann zwölf Länderkarten und vier Intrigenkarten. Das ist das Handkartenlimit. Wenn ich am Ende meines Zuges mehr wie diese zwölf Karten auf der Hand habe oder mehr wie vier Intrigenkarten auf der Hand habe, muss ich eben entsprechend abgeben. Während meiner Runde kann ich die Karten noch einsetzen. Da darf ich auch durchaus mal kurzfristig mehr Karten auf der Hand haben. Jetzt habe ich für meine erste Runde hier mal zwei Karten genommen und der Spieler hier drüben kriegt dann wieder eine volle Auslage, aus der er nehmen darf. Aber jetzt bin ich erstmal dran noch mit meinem Zug. Und der Zug sieht immer folgendermaßen aus. Auch in den weiteren Runden ist es jetzt immer so, als erstes werden Karten genommen. Dann können Karten eingesetzt werden, um hier irgendetwas zu besetzen. Und dann wird wieder aufgefüllt. Gut, das ist der Ablauf dieses Spiels. Und jetzt gehen wir einfach mal kurz durch, was kann ich denn mit meinen Karten so tun. Wir gehen jetzt erst einmal hier auf die einzelnen Personen eines Landes ein. Es gibt in jedem Land unterschiedliche Personen, vom König runter bis zum Marschall. Auch die sieht man hier außen, die Personen. Das heißt, hier gibt es in Frankreich ein Marschall, genauso wie auch hier unten in Spanien. Also Marschall gibt es auch hier und da. Den gibt es zum Beispiel überall. Auch in König gibt es, glaube ich, in jedem Lande. Und neben dieser Person ist immer die Kartenanzahl in der Farbe, die ich haben muss, um diese Position zu besetzen. Also hier, um einen König in Madrid zu besetzen, bräuchte ich acht gelbe Karten auf der Hand, die ich ausspiele, um dann hier einen meiner Marker auf diesen Ort zu setzen. König ist natürlich das Teuerste. Deswegen kann man sich am Anfang auch ein bisschen billigere Sachen raussuchen. Zum Beispiel kostet mich hier unten der Marschall nur eine Karte in Gelb, um da eine Figur von mir drauf zu setzen, so einen Holzstein. Und das Wichtige ist zu wissen, auf jede Figur darf nur von einer Spielerfarbe ein Klötzchen drauf. Ich kann ihn später im Spiel vertreiben, indem ich hier mit diesen Intrigenkarten arbeite. Aber grundsätzlich darf auf jede Person nur ein Holzklötzchen drauf. Und der erste Spieler, der ein Holzklötzchen auf einen Ort setzt, auf dem noch hier so ein Wertungsmarker liegt, der bekommt diesen Wertungsmarker auch. Jetzt gehen wir einfach das mal kurz durch und sagen, unser Spieler hier drüben möchte ganz gerne einen Ort besetzen. Er spielt eine Länderkarte aus. Die brauche ich für hier unten. Da brauche ich genau eine Karte. Setze hier einen schwarzen Marker auf den Marschall. Und gleichzeitig setze ich einen zweiten Marker auch auf die Person, die ich hier besetzt habe. Also immer wenn ich einen Holzmarker einsetze, muss gleichzeitig auch auf die Person dieser Marker drauf. Hier geht es um Mehrheiten am Ende des Spiels. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier diese Marker nicht vergisst. Jetzt war ich der erste Spieler, der hier in Frankreich etwas eingesetzt hat. Und deswegen darf ich mir auch diesen Bonusmarker hier sofort an mich nehmen. Das sind schon meine ersten zwei Punkte, die ich habe. Das war jetzt der Stadtbonus. Die Bonusmarker kann ich sofort verdeckt vor mich hinlegen. Das geht die anderen Spieler nichts an, was ich hier so sammle. Das sind also die Stadtmarker, die ich bekomme, sobald ich als erstes einen dieser Plätze belegt habe. Dann kriege ich den entsprechenden Marker. Und beim König natürlich ist das Ding sechs Punkte wert, weil er auch sehr teuer ist, unser König. Das ist also das, was ich jetzt hier gemacht habe. Wir haben hier wieder aufgefüllt und somit ist meine Runde auch schon erledigt. Und unser Spieler hier drüben ist dran. Der muss in der ersten Runde drei Karten nehmen. Und der sagt einfach, gib mir mal drei Verdeckte. Ist mir jetzt egal. Eins, zwei, drei. Die lege ich mal hier drüben hin. Jetzt habe ich zweimal blau, einmal rot. Jetzt bin ich dran mit Setzen. Ich darf pro Runde, wo ich dran bin, nur einmal ein Ort besetzen. Ich darf nicht mit verschiedenen Farben jetzt hier verschiedene Sachen gleichzeitig besetzen, sondern einen Ort besetzen mit einem Marker. Jetzt kann ich sagen, okay, ich würde hier ganz gerne Avignon besetzen. Da brauche ich zwei blaue Karten für. Das heißt, ich gebe diese zwei blauen Karten ab. Setze hier auf dem Baron meinen Marker drauf. Und auch hier auf dem Baron setze ich einen Marker drauf. Und ich kriege diese zwei Punkte, weil ich der erste bin, der hier etwas hingesetzt hat. Hier auffüllen müssen wir nicht. Und schon ist unser Spieler hier drüben wieder an der Reihe. So, jetzt gehen wir mal auf ein paar Sonderregeln ein, die es hier noch gibt. Zum einen kann ich drei beliebige Karten, die ich habe, als eine Farbe einsetzen, als Joker. Also gebe ich drei Karten einer anderen Farbe ab, kann ich sie verwenden, als wäre es eine Karte der Farbe, die ich brauche. Ebenso kann ich zwei beliebige Intrigenkarten abgeben, um damit eine Farbe zu simulieren, die ich brauche. Intrigenkarten gehen wir auch mal kurz an. Das sind diese Karten, auf denen immer zwei verschiedene Farben drauf sind. Und diese Karte brauche ich, um einen Ort, der schon besetzt ist, zu meinem Ort zu machen. Denn, wir haben ja gesagt, auf jedem Ort darf nur ein Marker drauf sitzen. Sobald er da sitzt, gehört er diesem Spieler. Ich habe aber die Möglichkeit, ihn mit einer Intrigenkarte zu verdrängen. Und um das zu tun, bräuchte ich jetzt, in dem Fall von diesem Spieler, eine Intrigenkarte, die irgendwie ein blaues Wappen drauf hat. Und zusätzlich bräuchte ich auch die entsprechende Anzahl an blauen Karten. Dann könnte ich den Spieler hier von diesem Ort vertreiben. Und jetzt machen wir einfach mal dieses Beispiel einer Intrige. Ich lege die Karte mal unauffällig hier oben drauf, hat ja keiner gesehen. Es ist jetzt die zweite Runde. Ab der zweiten Runde hat der Spieler die Möglichkeit zu entscheiden, was er ziehen möchte. Er darf entweder drei Karten nehmen, entweder von der offenen Auslage oder auch gemischt mit verdeckten Karten. Oder er darf eine Karte von der offenen Auslage oder verdeckt nehmen, plus eine Intrigenkarte. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt hier eine Karte nur von dieser Auslage und die oberste Intrigenkarte. Oh, da ist ja blau drauf. Was für ein Zufall. Und jetzt bin ich dran, eben mit setzen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich spiele die Intrigenkarte aus. Ich setze mich hier auf dieses Feld, wo ich zwei Karten brauche, drauf, lege ich weg, verschiebe den Spieler auf den Ortsmarker und dieser Ort gehört jetzt mir. Auch darf ich nicht vergessen, natürlich hier den Baron zu besetzen. Der Spieler kommt also nicht vom Spielplan runter, sondern er landet hier auf diesem Ortsmarker. Wichtig dabei ist es, dieser Marker auf dem Ortsmarker zählt jetzt noch dafür, wenn ich versuche, jeden Ort mit einer Figur von mir zu besetzen. Dafür zählt der noch. Aber die Punkte, die ich dafür kriege, die kriegt nur der Spieler, der jetzt da direkt drauf steht. Und das ist eben diese Intrige. Ich brauche die Karte in der entsprechenden Farbe, war blau mit drauf und ich muss die entsprechende Kartenanzahl haben. Dann kann ich einen Spieler wieder runterschubsen. Das mache ich normalerweise nicht so früh im Spiel. Das mache ich normalerweise erst ein bisschen später. Wenn es dann ein bisschen enger zugeht, dann werde ich diese Funktion auch öfters nutzen. Und jetzt decke ich hier wieder eine neue Karte auf. Und unser Spieler hier drüben ist also wieder an der Reihe. Auch er hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich nehme eine Karte von der offenen Auslage oder verdeckt und hole mir eine Intrigenkarte. Oder ich nehme mir bis zu drei Karten hier von der offenen Auslage und den verdeckten Karten. Eine Epoche geht auf jeden Fall so lange, bis dieser komplette Stapel weg ist. Sobald also hier nicht mehr drei Karten aufgelegt werden können, wird das Spieler unterbrochen. Der Spieler, der jetzt dran wäre mit ziehen, merkt sich, dass er dran wäre und dann kommt eine Epochenwertung. Um die aber auszuführen, mache ich jetzt noch kurz ein, zwei Züge und dann schauen wir uns die Epochenwertung an. Ich schaue mir jetzt zum Beispiel an, ich habe jetzt schon zwei rote Karten. Ich möchte gerne diese beiden roten Karten auch noch haben. Dann haben wir schon drei rote Karten und ich nehme eine noch verdeckt. Das ist eine blaue Karte, auch die lege ich mal zu mir hin. Kann man das da nebendran hinlegen. Und damit möchte ich jetzt arbeiten. Schaue ich mal, für drei würde ich hier oben bekommen, hier, die Contest könnte ich besetzen. Sag ich mal, mache ich. Und ich nehme diese drei Karten. Ihr seht schon, dadurch kommen immer viele, viele gleiche Karten aufeinander. Deswegen müsst ihr das wirklich immer gut durchmischen. Ich besetze hier die Contest. Ich kriege sofort hier diesen Ortsmarker zu mir und auch hier auf die Contest setze ich einen Marker drauf. Es wird wieder aufgedeckt. Jetzt haben wir hier ein bisschen grün. Der Spieler sagt, okay, gib mir mal die beiden grünen und eine verdeckte Karte. Dann möchte ich ganz gerne die beiden grünen gleich wieder einsetzen. Denn am Anfang des Spiels versucht man natürlich recht schnell, diese Ortsmarker erstmal mitzunehmen und nicht auf die höchsten Karten jetzt hier zu sparen. Vielleicht muss man sich überlegen, welche Taktik man hier fahren will. Ich habe immer ganz gern so gespielt, dass ich mir erst schnellstens irgendwelche Orte besetzt habe, um an diese Siegpunkte hier zu kommen. Denn die sind dann weg. Und da gibt es dann nichts mehr. Ich habe jetzt hier besetzt einen Baron. Und also kommt auch hier wieder ein Marker von mir drauf. Und hier sieht man schon, jetzt kommen hier mehr wie ein Marker drauf. Und hier geht es eben um Mehrheiten, die am Schluss des Spiels dann wichtig sind. Also auch das hier muss man gut im Auge behalten. Denn das sind nochmal schöne Punkte. Ja, es wird wieder aufgedeckt. Unser Spieler hier drüben wäre an der Reihe. Und würde sich jetzt von mir aus die zwei gelben nehmen hier. Würde die auch gleich wieder spielen, um hier diesen Baron hier unten zu besetzen. Auch der ist zwei Karten. Braucht man dafür. Einer hier drauf und der Siegpunkte Marker zu mir. Jetzt gehen wir noch kurz die anderen Sachen durch und die Epochenwertung. Wie komme ich an diese Landmarker? Das geht ganz einfach. Ich lege es jetzt einfach mal hin. Denn ich denke mal, die Regeln soweit habt ihr verstanden. Jetzt sage ich mal, ich habe hier noch auf Rot einen gelegt. Habe das hier bekommen. Er hier hat von mir aus hier oben bei Grün weiter gemacht. Hat sich hier drauf gelegt auf noch einen Baron. Dann war Weiß wieder dran. Der hat hier noch die Grünen hier besetzt. Unseren Duke. Dafür kriegt er dann eben keinen Ortsmarker mehr, weil der ja schon weg ist. Ist dann da schwarz dran. Hat hier von mir aus sie besetzt. Die Kontess. Zack. Kriegt den hier. Und er besetzt jetzt hier mit vielen, also acht gelben Karten, den König. Auch den müssen wir hier besetzen. Und kriegt den Sechser Marker. So, jetzt hat es der weiße Spieler geschafft, alle Orte eines Landes mit einer Figur zu besetzen. Es zählt eben auch, wenn er verdrängt worden ist und hier außen liegt. Auch das wäre für diese Wertung, ich habe in jedem Ort dieses Landes einen Stein drin, gültig. Und der erste Spieler, der das schafft, der darf sich eben hier dieses Wappen nehmen. Das höchste, das noch übrig ist. In dem Fall das Sechser Wappen. Und legt das auch zu sich hin. Der zweite Spieler, der es schafft, alle Orte zu besetzen, kriegt eben das zweite Wappen. Und wenn dann mehr Spieler auch noch schaffen, diesen Ort zu besetzen, dann gehen die halt leer aus. Auch hier oben machen wir kurz das Beispiel. Sagen wir, er besetzt hier noch die Prinzessin. Kriegt diesen schönen Siebener Marker. Einmal Prinzessin besetzt, hat es auch in jedem Ort dieses Landes eine Figur und würde auch diesen Landesmarker bekommen. Das sind also die Marker, die man hier während des Spiels so einsammelt. Und jetzt wird so lange gespielt, bis dieser Stapel hier leer ist und hier nicht mehr auf drei aufgefüllt werden kann. Sobald das der Fall ist, kommt die erste Epochenwertung. Und hier werden die Mehrheiten in jedem Land jetzt angeschaut. Und dazu werden die Punkte, die hinten auf dieser Rolle drauf sind, zusammengezählt. Jetzt schauen wir uns mal das gelbe Spanien hier unten an. Und schauen wir mal, der schwarze Spieler hat nur hier unten einen Marker drauf, hat also einen ganzen Punkt. Wir hier hätten zwei Punkte, drei Punkte, sieben Punkte, neun Punkte, haben also die Mehrheit. Und somit würden wir jetzt hier den Simmermarker bekommen und der zweite bekommt eben den kleineren Marker. Bei mehr Spielern gehen die anderen dann eben leer aus, die da nicht genug Marker drin liegen haben. Gibt es einen Gleichstand, dann bekommt der Spieler den höchsten Marker, der das höchste Amt in diesem Ort begleitet. Und so werden einfach die ganzen Mehrheiten dann durchgeschaut. Wie gesagt, macht jetzt keinen Sinn, weil ich nicht richtig gespielt habe. Aber so werden diese einfach alle verteilt. Dann ist diese erste Reihe leer und an die Spieler vergeben irgendwie. Machen wir jetzt einfach mal so, so. Und fertig wäre die erste Epoche. Hat natürlich ein Spieler in einem Land keinerlei Marker drin, dann kriegt er auch nicht den zweiten Platz. Wenn er nichts drin hat, kriegt er eigentlich nichts. Gut, dann wird der Stapel wieder neu gemischt. Es wird aufgedeckt und wir spielen die zweite Epoche. Auch die geht wieder so lange, bis der Stapel weg ist. Wiederwertung. Und dann geht es an die dritte Epoche. Wenn während des Spiels folgende Situation eintritt. Der Spieler weiß, hat jetzt auf jedem von diesen Adligen einen Marker drauf. Dann kriegt er sofort hier den höchsten Marker von diesen Adligen Markern. Darf also zu sich nehmen. Und der, der es als Nächste schafft, der kriegt den Nächsten. Und auch der Dritte, der es schafft, hier auf jedem von diesen Adligen einen Marker drauf zu haben, kriegt auch nochmal hier die Acht ab. Das wird auch noch während des Spiels verteilt. Muss man eben darauf achten, wer als erstes hier fertig ist. Auch da ein bisschen drauf spekulieren. Ich brauche nur noch dies oder das. Also muss ich mir in dem und dem Land ein bisschen was sammeln, dass ich da eben draufkomme. Und schon in der zweiten Runde wird es dann anfangen mit den Intrigen, dass man Spieler verschieben muss, dass man eben hier Sachen draufkriegt. Auch bei mehr Spielern ist es so, dass man dann relativ schnell dann die Leute verbannen muss ein bisschen auf die Orte mit den Intrigenkarten. Das wird dann sehr spannend. Und wenn dann die dritte Epoche auch gespielt wurde, dann endet das Spiel. Also sobald das dritte Mal nicht aufgefüllt werden kann, gibt es die letzte Epochenwertung und dann die Endwertung. Und da wird dann nicht mehr so viel gewertet. Die Spieler haben dann ja schon eine Menge hier an Siegpunkten bei sich gesammelt. Und jetzt gibt es nur noch die Titelwertung und das ist das hier außen. Hier wird einfach geschaut, wer hat auf dem jeweiligen die Mehrheit. Jetzt nehme ich einfach mal hier die Prinzessin raus, weil die gerade hier oben liegt. Da sehen wir, da haben die Spieler Gleichstand. Das heißt, der Weiße und der Schwarze haben jeweils ein Steinchen drauf. Und dann kann man dieses Puzzleteil eben trennen, umdrehen und dann hat jeder Spieler sieben Punkte. Genial gelöst, würde ich mal sagen. Also bei Gleichstand wird das dann getrennt und verteilt. Haben mehr Spieler Gleichstand, also drei Spieler die gleichen Steine drauf. Dann kommt diese Karte aus dem Spiel und wird nicht vergeben. Hat nur ein Spieler die Mehrheit auf seiner Karte, wird hier unser weißer Spieler, kriegt er natürlich die kompletten Punkte zu sich. Die zählt man dann auch noch dazu, zu seinen ganzen Siegpunkten, die man während des Spiels gesammelt hat. Und schon weiß man, wer Royals gewonnen hat. Das war sie, meine Brettspielvorstellung von Royals aus dem Abakus Spiele Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut, euer Michael.